Wer einen Sportwagen sein Eigen nennt, der auch noch einen betörenden Motorklang bietet, will das Ganze am liebsten offen genießen. Deshalb hat Audi dem R8 auch jetzt eine offene Variante namens Spider zur Seite gestellt. Wenn der Fahrer den 525 PS freien Lauf lässt, schwingt sich der R8 Spider zu einer Höchstgeschwindigkeit von 313 kmh auf, wenn es sein muss, auch mit geöffnetem Verdeck. Damit der 5,2 Liter V10 Mittelmotor seine Kraft jederzeit auf die Straße bringt, hat der Supersportler serienmäßig den Allradantrieb Quattro an Bord. In Sachen Fahrleistungen kann sich jeder R8 Spider-Pilot beruhigt in der automobilen Oberliga wählen. Das Einzige, was die Stimmung kurzfristig vermiesen könnte, ist ein Regenschauer. Aber das Stoffverdeck lässt sich innerhalb von 19 Sekunden mit einem Knopfdruck schließen. Sogar bei Geschwindigkeiten von maximal 50 kmh.